Nicht ganz... Wow! Hey Freunde und willkommen zurück zu Let's... Naja, Survive, den Hardcore-Modus von Minecraft. Oh mein Gott, wir hatten das letzte Mal hier oben auf dem Berg aufgehört und... Ich habe im Hintergrund tolle Musik gelaufen. Nein, doch, also schon. Aber ich denke nicht, dass alle sie sonderlich toll finden. Und eigentlich soll sie nur zur Beruhigung dienen, falls ich jetzt demnächst sterben sollte. Ich habe mir eine Aufgabe gesetzt. Ich versuche im Laufe dieses Lebens jede Wolleart zu finden, die es in Minecraft gibt. Und braun habe ich schon gefunden, das ist gut. Okay, das allererste... Wir haben eine Workbench. Allererste, was ich mir baue, ist eine Kiste. So. Und in diese Kiste... ...packe ich erstmal das rein. Was ich eigentlich nirgendswo reinpacken muss. Weil ich ja sowieso tot bin, wenn ich sterbe. Doch, 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 doch. Dich und dich. Theoretisch kann ich aber auch... Wenn ich nicht ganz... Naja, also eine Braundwolle muss ich aber halten, um... ...von jedem Stück Wolle eine Sache zu haben. Und... Oh mein Gott. Gut. Das hat funktioniert. Ich sollte erstmal was essen, sonst kippe ich hier gleich tot um. Da geht noch was. Und jetzt als nächstes erstmal eine Axt bauen aus dem nicht vorhandenen Eisen. Dort ist Eisen, dort ist Kohle. Gut, dann baue ich mir jetzt eine Axt. Steck hier... ...die Federn rein. Das Zeug, das Zeug, das Zeug, das und das. Und dich. Und euch und dich und dich. Jo. Nein, gerade kann ich auch noch verstecken. Gut. Das wird echt eine sehr unschöne Sache. Creeper. Ja, muss ich... Ich weiß selber, dass da unten ein Creeper ist. Gut. Dankeschön. Oh Gott, ich treffe nicht mal mehr. Meine Maus, ey. Wow. So. Und jetzt geht es erstmal ab. Bäume sammeln. Aber nicht die Bäume, die sind hässlich. Seit Minecraft 1.255 gibt es ja diese hässlichen Bäume. Ich spiele Hardcore-Modus. Nicht springen. Nahehin. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Und... Ach. Okay. Wir haben es überlebt. Und gehen jetzt erstmal ein paar Bäumchen sammeln. Dankeschön. Und... ...du bist der Nächste. Musik, möchtest du mir irgendetwas sagen? Nein, okay. Ich glaube, dass... ...dass die Musik jetzt besser ist. Und nicht so verstörend. Ich hoffe es jedenfalls. Naja. Ja. 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 Falsch gedacht. Oh mein Gott. Die Musik würde ich vielleicht im Hintergrund von Amnesia laufen lassen, aber doch nicht beim Minecraft-Hardcore-Modus. Indem ich, wenn ich sterbe, tot. Egal, Leute. Wir ziehen das durch. Wir überleben. Ich setze mir die Aufgabe im Hardcore-Modus, den Enderdrachen zu schlachten. Von auge meines Blutigen und Schweißes werde ich ihm die Flügel ausreißen und ihn dann... Okay. Eine harte Aufgabe, die ich mir setze dort oben, wenn ich mir mein Haus baue. Und dafür brauche ich Sand, weil ich will ja den Boden aus Glas machen. Wern mal, was habe ich mir schon dabei? Ah, okay. Ich sehe schon. Hier hinten. Müsste sich eigentlich wieder verflüssigen. Also normal werden. Ja, jetzt. Sonst ist es ja hässlich. Okay. Noch ein bisschen Baum mitnehmen und dann geht's hoch zu meinem Haus. Ups, das war dann eben. Die Musik bitte aufhören. Macht, dass es aufhört. Nein. Ich habe sie freiwillig gewählt. Mein Handy meckert rum. Der Akku ist leer. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber... Das ist eigentlich auch egal. Wir sammeln jetzt nur ein bisschen Sand, ohne dass gleich ein Creeper von oben vom Berg runter gesegelt kommt. Und jetzt einmal alles wieder ausgleichen. Dankeschön. Na gut, wer braucht man? Oder... Oder, ähm... Hier heißt das Zeug noch Kies, oder so. Ist doch ganz wichtig. Also... Nicht ganz... Wow! Ah, Gott. Ja! So. Ich glaube, die Musik will mich verarschen. Und ich glaube, der Berg auch. Wegen runterfallen, zu sterben, wäre eine sehr blöde Todesart. Genauso wie zu verhungern. Beziehungsweise... Sollte ich gucken, ob ich irgendwie unendlich Nahrung bekomme? Am besten durch eine Pilzfarm oder... eine Weizenfarm. Nichts mehr. Moin Schweinchen. Ja, oder ich mach mir ne Schweinzucht auf, aber... Als allererstes kommt... Als allererstes kommt die provisorische Hütte. Jetzt springe ich hier mal kurz hoch. Und ja, ihr könnt sehen, ich hab den Beta Grass Mod drin. Das heißt, Gras sieht grasiger aus. Klingt komisch, ist aber so. Und auf jeden Fall, dich rausnehmen und euch reinstopfen. Mit insgesamt acht Kohle. Denn acht mal acht macht bekanntlich 64. Sieben Kohle muss da nur drin sein. Ein Kohle hat sich ja schon verfeuert. So, als nächstes müssen wir gucken, wir haben Holz. Wie viel Holz haben wir? 33 nur? Hab ich echt so wenig geholt? Oh, verdammt. Das ist echt wenig. Egal, ich hoffe mal, dass ich damit wenigstens hier... einen grundlegenden... Grundriss ziehen kann. Hm. Ich überlege gerade. Vielleicht kann man das auch noch anders bauen. Mal gucken. Wir bauen das hier entlang. Psychomusik, geh aus, bitte. Psychomusik, geht nicht aus. Psychomusik macht weiter. Na gut, die ist aber nicht ganz so psycho. Auf jeden Fall. Ähm, legen wir das hier weiter. Oh Gott. Oh, oh, oh. Das war ein bisschen zu weit. Nein, das geht noch. Und ja, Leute, wenn ihr euch gerade fragt, was ich hier tue. Ich weiß es auch nicht. Ich balanciere hier schon wieder in tödlichen Höhen. Im Hardcore-Modus. Also, als ob ich irgendwie nicht mehr leben wollte. Als ob ich einfach so sterben will. Nein. Okay, wähle ich nicht. Siegen, das haben wir noch. Okay. Das wird knapp. Und erst recht, es wird tödlich. Drei hab ich. Ja, okay. Also, das sieht schon mal ganz schön aus. Naja. Lässt sich drüber streiten. Irgendwie mal vergessen, hier eine Tür reinzubauen. Kann das sein? Ich baue hier eine ein. Nun ein. Hm. Ich glaube, ich baue die auf dieser Seite ein. Haha. Okay. Oh oh. Vielleicht wird die Schraube so gut. Und es wird Nacht. Okay. Ja, doof Idee. Oh, okay. Da stand ich fast drauf. Definitiv wissen wir, wenn wir hier einmal nach unten grafen, grafen, graben, sind wir weg. Nee, verdammt. Aber ich facke ihn. Eine. Ich muss mal etwas bauen, wo Creeper nicht mehr hochkommen. Nur Skelette können auch nicht klettern. Das war ein Spinn. Okay, unser Holz geht zur Neige. Sechs Holz für eine Tür übrig lassen. Darf ich nicht vergessen. Oh oh. Tür fehlt für die... Oh oh. Ich sehe dich genau, Tür. Ich habe dich im Blick. Gut. Schwert ausrüsten. Und die Nacht schlafen. Gut. So, haben wir die nächste Nacht schon mal ganz schnell um uns gebracht. Und... Okay. Moin. Du bist so blöd. Was kommst du her? Wow. Autsch. Oh Gott. So viele Schafe, so viele Schweine, so viel... Braune Schafe. So sehen wir uns schon wieder. Ich habe dich doch getötet. Moment. Egal. Oh oh. Essen nicht vergessen. Und Holz zu bringen mir herzlich wenig. Zombies können sich einschlagen. Wenn ich da von dahinten steht ein Pferd, bin ich doof? Okay. Leute, die Frage sollt ihr nicht in den Kommentaren antworten. Das wäre echt nicht nett. Noch ein Berg. Okay. Auf jeden Fall, das war es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und Leute, glaubt mir. Glaubt niemals im Creeper. Im Creeper würde euch alle beflöten. Ob ich hier vielleicht noch Holz drin? Nein, natürlich nicht. Gut. Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, drückt diesen komischen Knopf hier über diesem Video. Ist ja den habt ihr schon gedrückt, dann solltet ihr es nicht tun. Sonst verpasst ihr wieder was. Und das war's von mir. Bis zur nächsten Folge. Dein Clemeter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.